Hilfe! Hat der Magawa nun auch Sportmoderatorin Andrea Kaiser erwischt? Als sie dieses Foto mit den Worten Bayern ist Meister, Glückwunsch und Kompliment aus Kuala Lumpur postete, hagelte es keine Glückwünsche, sondern fast nur besorgte Kommentare der Fans. Lass dich mal von einem Herren gescheit zum Essen ausführen oder Kleiderständer, schreibt ihre Fangemeinde. Andrea selbst kontert. Kinder, ich habe kein Gramm abgenommen, keine Sorge. Fakt ist aber, dass die 32-Jährige seit der Trennung vom ehemaligen Dortmund-Kicker Lars Ricken im August 2013 deutlich dünner erscheint. Wie hier zum Beispiel an der Seite von Kai Pflaume und Horst Rubesch oder mit Oliver Pocher. Bitte Andrea, iss mal wieder ein Burger, fordern ihre Fans, damit du im Falle der Fälle ordentlich zuhauen könntest. Wie hier zum Beispiel an der Seite von Kai Pflaume und Horst Rubesch oder mit Oliver Pocher.